Zum Abschluss der Wintersaison gab es noch einmal ein Treffen in Schilken. Und was für eins! Die Teams zeigten auf der Strecke und bei den Übungen ihr bestes Können. Die Hunde waren konzentriert und ruhig, gelassen gegenüber Außenstehenden. Und steh! Sitz! Einige schöne Eindrücke aus der Pause. Dann hatten die Kumpel Aiden und Purzelpaul Günther ihren großen Auftritt zusammen im Sakko. Für Aiden das erste Mal im Doppelgespann überhaupt. BPG zog wie ein alter Hase. Es wurde zwischendurch immer durchgewechselt. Hier zieht Raika mit Angelika Aidens Dollarwagen. Und ist das keine tolle Truppe? Flanner mit Albus. Und das war's mit dem Ziehen für die Saison. Jedenfalls für Team Aiden. Im Wasser geht's bald weiter. Tschüss, wir sehen uns dort! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!